Guten Morgen Leute, ich sitze hier noch im Ferienhäuschen, Minas oben, das ist geil, das war am Schlafen und für euch ist ein neues Video eingegangen. Genau das und zwar durften wir uns den McLaren 765 LT anschauen, ist sehr limitiert, gibt es auch nur 765 Mal, ist ein sehr cooles Video, wieder ein sehr sehr langer XXL Vlog, swiped ab und ich wünsche euch viel Spaß. Nur nah oder auch rein? Auch rein? Ja, jetzt habe ich den Trick, man muss hier anfassen, pass auf, guck doch mal die coole Location an. So Leute, wir sitzen jetzt hier in einem niegelnagelneuen 765er LT drin. So, wir sind hier immer noch im Ferienhäuschen am chillen und entspannen und ich wollte euch Bescheid sagen, heute um 10 Uhr sind die neuen Produkte bei Neosabs online gegangen und ich werde euch jetzt mal einen fetten Einblick geben, was alles online gegangen ist. So, wir machen jetzt mal эту , bei Neosabs Fuel. Aber geil die Produkte, ne Jungs und Mädels, überlegt mal, Protein Gummibären, Protein Wraps, damit könnt ihr ein Wrap machen oder eine geile Protein Pizza. Die ganzen Alternativen oder die Proteinschokolinsen, die erinnern richtig an Smarties, Leute. Das sind so geile alternative Snacks, anstatt wenn ihr irgendwie vor dem PC sitzt oder zu Hause mal naschen wollt. Ich nasche auch sehr gerne, ich trainiere sehr, sehr viel. Ich nasche jetzt gerade so eigentlich jeden Tag. Warum? Ich verbrenne Kalorien ohne Ende. Ich kann es mir aber wiederum auch erlauben. Aber dafür gibt es auch eigentlich noch einen cooleren Weg, den alternativen Proteinhaftweg sozusagen. Und dafür haben wir die Produkte gemacht und ich finde die Produkte richtig geil und die schmecken auch wirklich. Das ist jetzt nicht so, wenn ihr, mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen, die Gummibären isst und dass ihr denkt, was ist das denn? Sondern die schmecken geil, die kann man richtig genießen, die Schokoladen. Also mit den Produkten macht ihr auf jeden Fall überhaupt nichts falsch. Richtig cool und Proteinbaguette darf man auch nicht vergessen. Wir haben so viele verschiedene Sachen mittlerweile vor euch. Und man klopft durch die Tür, so, ey, wir müssen hier weitermachen, ich muss los. Von dort aus stahlen sie dann 70 Millionen Dollar im Bar. Ist auch krass, ihr müsst euch mal vorstellen, wie bedacht das alles ist. Erstmal ein Haus mieten, da planen wir alles, da gehen wir weiter vor. Und das mit den Medikamenten im Wert von über eine Million Dollar. Ja!